24 Tage, 24 Experimente. Viel Vergnügen dabei! Heute will ich euch das eigentümliche Verhalten von Aluminium in Kupfersalzlösungen präsentieren. Doch zunächst ein Vorversuch. Ich denke, dass viele von euch wissen, dass, wenn man einen Eisennagel in eine Kupfersulfatlösung eintaucht, sich Kupfer auf dem Eisennagel abscheidet, während Eisenionen in Lösung gehen. Daran kann man erkennen, dass Eisen unedler als Kupfer ist. Dieses Experiment wird nun mit dem noch unedleren Aluminium durchgeführt. Überraschenderweise kommt es jedoch nicht zur Kupferabscheidung am Aluminiumblech. Der Grund hierfür ist, dass Aluminium von einer extrem dünnen, aber sehr kompakten Aluminiumoxidschicht umgeben ist, die das darunterliegende Aluminium schützt. Nun ersetze ich die Kupfersulfat durch eine Kupferchloridlösung. Wie man sieht, kommt es zu einer heftigen Gasentwicklung und Kupfer scheidet sich ab. Wie kann das sein? Der Unterschied zwischen einer Kupfersulfat- und einer Kupferchloridlösung liegt im Anion. In der einen Lösung befinden sich Sulfat und in der anderen Chloridionen. Sollten demnach die Chloridionen für die heftige Reaktion von Aluminium in der Kupferchloridlösung verantwortlich sein? Diese Vermutung überprüfe ich im nächsten Experiment. Ich stelle wieder ein Aluminiumblech in eine Kupfersulfatlösung und gebe nun Natriumchlorid, also gewöhnliches Kochsalz hinzu. Wir sehen, entscheidend sind tatsächlich die Chloridionen. Diese können die Aluminiumoxidschicht zerstören, sodass Kupferionen am Aluminium zu elementarem Kupfer reduziert und gleichzeitig Aluminiumatome zu Aluminiumionen oxidiert werden und in Lösung gehen. PS, bei der Gasentwicklung handelt es sich übrigens um Wasserstoff, denn Aluminium ist so unedel, dass es auch, ähnlich wie Natrium, aber nicht so heftig, mit Wasser reagiert. 24 Tage, 24 Experimente 25 Tage, 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 25 Tage